Die Niederlande und Deutschland trennen sich mit einem 2 zu 2 am zweiten Spieltag in der Nations League. Und wie ich persönlich finde, kann man dem, was man bei Deutschland gesehen hat, echt einiges abgewinnen. Zuerst das furiose 5 zu 0 gegen Ungarn, jetzt in Anführungszeichen nur das 2 zu 2 gegen die Niederlande auswärts, was wie ich finde aber erstens ein gerechtes Ergebnis ist und zweitens auswärts auch absolut respektabel, vor allem auch, wenn man bedenkt, dass es ja innerhalb der Mannschaft schon einen kleinen Umbruch gab. Plus, in diesem Spiel fand ich, dass der Schiedsrichter schon eher pro Niederlande gepfiffen hat, gerade bei den 50-50 Aktionen, auch was die Karten anging, saßen die Gelben bei den Deutschen schon deutlich lockerer, das muss man einfach so sagen und auch der letzte Angriff in diesem Spiel, meiner Meinung nach absolut bodenlos den abzupfeifen. So würde ich schon insgesamt sagen, waren die Deutschen hier vielleicht etwas näher am Sieg dran, wenn dann aber auch nur minimal, wie gesagt, ich finde schon das Unentschieden ist, absolut gerechtfertigt. Und das spiegelt unter anderem die XG-Statistik eigentlich ganz gut wider. 2,31 für die Niederlande und 2,29 für Deutschland. Jetzt hatte die DFB 11 schon einige Schüsse mehr, aber die Chancenqualität war dafür bei den Niederländern ein bisschen besser. Bei Besitz 60 zu 40 für Deutschland finde ich auswärts gegen die Niederlande auch richtig stark, aber gut, weg von Zahlen und Statistiken. Was mir in diesem Spiel gut gefallen hat, ist, dass man eine sehr gute Mentalität gesehen hat. Schon nach zwei Minuten ist man ja durch Renders in Führung gegangen auf Seiten der Niederländer. Da stand die deutsche Abwehr echt verdammt hoch und der Abstand zwischen Thar und Schlotterbeck war viel zu groß. Generell muss man sagen, sind die Niederländer wie die Feuerwehr in dieses Spiel gestartet, aber mehr und mehr wurde es dann zu einem Schlagabtausch, ehe dann die deutsche Nationalmannschaft im Verlauf der ersten Halbzeit das Ruder in die Hand genommen hat. Und so dann auch in der 38. durch Dennis Undaff, der hier in meinen Augen sein Traumdebüt gefeiert hat, Startelfdebüt wohlgemerkt. Er ist ja vorher schon mal zu Kurzeinsätzen gekommen. In der 38. macht er das 1 zu 1 und dann in der Nachspielzeit, nach einem sehr starken Einsatz von David Raum, landet der Ball bei Dennis Undaff, er leitet auf Kimmich weiter. Und man schafft es, das Spiel in den Schlussminuten der ersten Hälfte noch zu drehen. Psychologisch eigentlich schon ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, wie man so schön sagt. Aber die zweite Hälfte, da war es dann ähnlich wie in der ersten. Die Niederländer kamen richtig gut aus der Kabine, haben das 2 zu 2 gemacht. Und dann sollte für beide Seiten kein Lucky Punch gelingen. Insgesamt mit zunehmender Spieldauer plätscherte das Ganze, insbesondere nach den Wechseln, so ein bisschen vor sich hin. Ich denke aber, hier kann sich im Großen und Ganzen keiner über das Ergebnis beschweren. Bevor ich es vergesse, beim 2 zu 2 durch Dümfries sah Schlotterbeck nicht wirklich gut aus. Da hat er eigentlich eine gute Position gehabt, den Ball besser zu verteidigen. Das ist ihm nicht gelungen. Das war einfach schlecht verteidigt, muss man an der Stelle so sagen. Ansonsten war das jetzt aber von ihm und generell von der gesamten Mannschaft ein solides Spiel. Gleiches gilt für die Niederlande. Dennis Undaff würde ich hier mit seinem Tor und seiner Vorlage jedenfalls hervorheben. Wirtz und Mosella heute nicht im Zaubermodus. Aber das kann natürlich auch nicht in jedem Spiel der Fall sein. David Raum mit sehr gutem Einsatz, wie ich finde. Kimmich, gutes Spiel auf der rechten Seite gemacht. Andrich hatte unter anderem das 2 zu 1 richtig stark eingeleitet. Pascal Groß hatte ich jetzt nicht wirklich auffällig im Kopf, hat seine Aufgabe aber solide gemacht. Ja, und Kai Havertz weiterhin dasselbe Problem wie so oft. Und da kann auch ein bisschen mehr Torgefahr kommen. Aber das heute war auch ein verdammt schweres Spiel. Wo wir aber zumindest mal gesehen haben, dass Deutschland weiterhin eine gute Entwicklung nimmt. Man hatte einige Schwierigkeiten in diesem Spiel, wie zum Beispiel, dass man, ja so sah es für mich zumindest aus, einen leichten Schiedsrichter-Nachteil hatte. Das soll keine Ausrede für irgendetwas sein, aber die Tendenz ging schon eher in die Richtung. Damit ist man aber auch auf jeden Fall sehr gut umgegangen. Maximilian Bayer ist mir aufgefallen. Muss auf jeden Fall physisch noch ein bisschen zulegen. Wirkte ähnlich wie auch in den ersten Spielen bei Dortmund hier so ein bisschen verloren. Und ja, alles in allem bin ich mit der Länderspielpause insgesamt zufrieden. Wir haben einmal Hurra-Fußball gesehen, haben ein tolles Spitzenspiel gegen die Niederlande bekommen. Ein 2 zu 2 auswärts ist kein Ergebnis, wofür man sich schämen muss. Dafür gewinnt man das Ding dann zu Hause. Und obwohl man die ein oder andere Stütze verloren hat, hat man irgendwie das Gefühl, dass die Mischung in der Mannschaft stimmt. Und dass sich da was Großes entwickeln kann. Das sind zumindest mal meine Gedanken zu dieser Länderspielpause, diesem Spiel und der deutschen Nationalmannschaft. An der Stelle könnt ihr mir da gerne mal auch eure Meinungen in die Kommentare schreiben. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endkarte. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.